Happy Birthday Estash, Happy Birthday Amir Khan, Happy Birthday Deepak Banbasi, Happy Birthday Hafizullah Darwish, Happy Birthday Tuko Kumari, Happy Birthday Muhammad Baris, Happy Birthday Vahildar Chintahan, Happy Birthday Sajam Bhagat, Happy Birthday Aulé Sehan Khan, Happy Birthday Frank Zafo, Happy Birthday Andy Mostofar Kamal, Happy Birthday Matt Anahul Islam, Happy Birthday Ramesh Kumar, Happy Birthday Sahin Ahmad, Happy Birthday Shravan Khoschik Und ich spiele mal wieder Free Fire in Kreativ Modus. Viel Spaß! Evolution. Ich glaube, das kenne ich nicht. 4 gegen 4. Oder ist das normal, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich weiß Bescheid. Okay, okay. Ich weiß Bescheid. In dem Modi bin ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht, würde ich sagen. So richtig weiß ich es aber nicht. Kann auch sein, dass ich immer nur schlechte Gegner habe. Oder gute Mitspieler. Was? What the fuck? Wo sind die denn hier alle? Wait. also ich denke mal warum ist das so laut eigentlich meine gute ich dachte mein trommelfeld platzt ja sicher sicher muss ja so sein was ist das kann doch nicht einfach so lange leben hallo oh was um Hmmm. Ha! Schöpfe! Oh! Nee, nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, wie viel gibt's eigentlich noch? Also, das Spiel dauert anscheinend ziemlich lange heute. Ah! Erstmal aufladen hier, zack, zack, zack. Oh! 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 Ein Schuss down. Und ich? 100 Schuss erlebt. Oh! 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 So einfach geht's! Oh! 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 Ah! Wer war das denn? Wer hat denn da auf mich geschossen? So, jetzt aber. Ey, das gibt's doch nicht, dann haben wir bestimmt noch ein kleiner Streifschuss haben wir auch dauernd, denke ich mal. Jawohl, schnell aufladen. Jawohl. Jawohl. Wollen wir hier nicht lang? Es ist einfach so gut. Aaaaaahhh. Neues Equipment. Ja. Aber wofür? Niederlage. Nein. Ah, ich wollte ja noch grad meinen Kopf schießen. Aber, na egal. Platz Nummer 12. Da haben die anderen wohl ein bisschen besser gespielt. Was soll's. Bis gleich. Okay. Die nächste Runde, ich denke das ist jetzt die Runde, wo jeder gegen jeden kämpft. Und wer als erstes 20 Kills hat, hat gewonnen. Ich denke das ist die Runde. Aber, das werde ich ja gleich besser sehen. F1 erstmal. Oh. Kaufen wir. Noch kein Geld. Okay. Okay. So. Dann geht's mal los hier. Dann geht's mal los hier. Eieieieie. 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 Was ist denn das? Den Reißtopf? Ähm. Warte. F1. Eieieieieieiei. Was ist denn das? Boah, hab ich doch kein Geld gekriegt. Man kriegt immer Geld, wenn man verliert. Hahaha. Eins, kaufen. Oh ja, jetzt. Nehmen wir die hier. Lachlan. Ah, von hinten haben sie mich erledigt. Von hinten. So, jetzt. Nehmen wir jetzt. Ich nehme jetzt diese hier. Die geht gut ab. Hat allerdings nur zwei Schuss. Okay. Was ist das? also ich denke mal die runde wird nicht so gut werden ich habe so ein schlechtes gefühl heute möchte ich das loch erschießen habt ihr das gesehen ich bin doch voll naja jetzt wird es besser ich bin platz drei guck mal wir machen jetzt so ich kaufe mir den hier den hier und komm eine granate granate darf nicht fehlen die sechs ist das okay zwei 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 warte mal ach so hey was war das? ich hab gar nichts gesehen so nochmal den 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 aber wenn ich mir eine Granate hole, habe ich die ganze Zeit Granaten so, wieder Platz 4 den 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 ho das 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 ist das Das war's für heute. Hey, nice. Ich bin immer noch Platz 4. Hm. So, wir machen jetzt mal so. So. Und die holen wir uns. Den. 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 Ach komm. Die letzten Sekunden aufhören. Sehe ich gerade 3 Sekunden noch. Achso, das hast du mal einkaufen. Wow. Ach, Platz 3. Hm. Upsa. Falscher Knopf. F1. Einkaufen. Nehmen wir die. Die bleibt. Oh, die bleibt. Die ist gut. Komm, das reicht. Ich muss. Oh, das ist gut. Ich bin wieder auf 4. Oh, das ist gut. Wie? Wer wohl wegflext? Oh, das ist gut. 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 Oh, das ist gut.